Die Erwartungshaltung an die Business School war ziemlich hoch. Hat sich das auch so erfüllt? Das hat sich auf jeden Fall erfüllt, definitiv. Ganz am Anfang dachte ich, Mensch BWL, ich mache das beruflich ja sehr intensiv und dachte, ob ich da so viel dazu lerne, dass sich das lohnt, das Studium tatsächlich, habe ich am Anfang ein bisschen in Frage gestellt, aber das hat sich absolut dann so herausgestellt, dass es sehr gut war, dass man einfach Themen vertiefen konnte, die einem vorher gar nicht so bewusst waren. Ich konnte in der Zeit auch ein Konzept entwickeln für meine Abteilung, die ich quasi während des normalen Berufslebens in der Tiefe wahrscheinlich nie gemacht hätte. Und da hat es mich auch beruflich weitergebracht, dass ich einfach tiefer in den Themen, die ich sowieso mache, einfach drinstecke und dann auch die Art und Weise zu diskutieren mit anderen Führungskräften, die ähnliche Probleme in anderen Branchen haben, das einfach mal zu vergleichen. Das hat mir schon viel gebracht, ja. Das heißt, dieser Praxisbezug war für dich ein ganz wichtiges Element des Studiums? Ja, absolut.